so hallo leute meine lieben zuschauer ich bin hier ich habe heute jetzt gerade gefrühstückt und und ich rauch mir jetzt eine ich gönne mir eine tiarete ich habe heute von sechs uhr morgens bis zwei nachmittags geschlafen und für mich fängt der tag jetzt erst richtig an und ja und wie geht es euch eigentlich schreibt man hier unter die kommentare wie es euch geht was was fliegt heute bei euch das war so ein geil ist und was macht ihr heute am freien tag also bei mir ist es so dass ich jetzt gleich runter zu meiner nicht zu meiner freundin dies 19 so und oder zwei videos noch drehen und vielleicht einen im park und dann einem supermarkt noch mit einem kumpel von mir dieser kumpel von mir ist 20 21 jahr alt oder sowas und er ist geste letztes jahr vom türkischen bunt zurückgekommen er war soldat ich habe mir vor ein zwei wochen noch ein stativ für mein handy gekauft und ist erst rein hier so und ich werde so wie es aussieht am freitag wieder nach dubai fliegen für für ein bis zwei monate oder sowas ja und mittwoch schon muss ich in istanbul sein in meiner residenz und dann fahr ich dann wieder mit meinem bogatti mit 1500 ps und die die residenten die die mein onkel für mich bauen lassen hat die kosten die kosten pro monat miete kostet bei den 40 tonnen dollar mein onkel hat das alles mir übergeben und kennt ihr eigentlich die neuesten witze von von dem einen typ mit dem bart der ist eigentlich er selber ist jetzt gestorben weil ich glaube sein name war äh chuck norris glaube ich chuck norris grillt unter wasser oder oder der neu ähm ich weiß nicht also oder kennt ihr den film der bus der niemals langsamer werden durfte ich glaube die schauspieler waren da äh sandra reeves und keanu bullock oder sowas oder okay ich äh ich habe die namen jetzt ein bisschen verwechselt nur für die doofen ich darf nicht zu spät sein ich muss gleich in einer äh vierte stunde runter in die stadt ähm meine freunde in deutschland äh geht's auch ganz gut und mir aber auch und was hab ich denn hier noch geld 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 habe ich genug das war ein bröhrchen das war ein bröhrchen später 70 90 95 100 100 dollar habe ich hier halt die klappe so sieht so sieht so sieht mein leben aus in der schweiz das ist ja nicht die schweiz österreich irgendwo jetzt meine frage leute könnt ihr eigentlich auch ohne grund lachen ich nehme voll die drogen und ich werde mit drogen vollgepumpt von von den ärzten zwischendurch man ich erzähle meine sache sehe ich auf den dächern rosa elefanten ich habe heute wieder mal nach zwei wochen wie heißt es ich habe heute wieder mal das erste mal nach zwei wochen wir mal geduld und das hat richtig gut die zeichhäusern an ne bitte taxi so ich hole ich hole mir jetzt mal zucker aber ich nehme euch mal mit die kamera nehme ich jetzt erst mal mit weil ich möchte die unterhaltung gar nicht abbrechen weil das ist dann blöd ansonsten ist das voll bläde geht schon auf du scheiße so erzählt mal das leben ist schon ganz aufregend wisst ihr das wenn man wenn man einige sachen zu tun hat die man erledigen muss am tag oder im leben oder sowas wo ist mein tschai das da ja so und ich trinke jetzt meinen zweiten tee übrigens ich habe diesen tee richtig vermisst ich habe drei jahre lang keinen tee trinken können aber wo ist mein löffel ich weiß es nicht aber also also ich werde mir heute noch ein beziehungsweise zwei videos noch drehen aber warum ist das jetzt dunkel geworden oder sowas boah ich hasse das wenn 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 etwas nicht gut klappt aber ihr könnt mich ja äh äh gott sei dank könnt ihr mich ja noch erkennen oder nicht so ähm im in ein paar stunden äh ich werde heute noch auf jeden fall noch heute äh noch zwei videos noch hochladen zwei stück eins im laden wo ich am einkaufen bin und mit einem äh kumpel mit meinem neffen äh rede und quatsche und eins werde ich werde ich dann noch im äh park aufnehmen so bis dann bis nachher tschüsschen küsschen und äh immer weiter abonnieren so tschüss tschüsschen küsschen w w w Vielen Dank.